Linienflugzeug kollidiert in großer Höhe mit mysteriösem Objekt, Starship Version 3 im Endaufbau, NASA-Chef zählt SpaceX wegen Starship an, Musk schießt zurück, Rechenzentren im Orbit, Nvidia-Startup Starcloud will KI ins All verlagern, Airbus, Thales und Leonardo legen Satellitengeschäft zusammen, New Glenn für Vorstartstests zusammengesetzt und chinesisches Landspace vor Start mit Wiederverwendungshardware. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space Update auf Deutsch. Ein Thema hat letzte Woche die Space Community beschäftigt. Ein unbekanntes Flugobjekt hat ein Flugzeug der United Airlines auf dessen Reiseflughöhe getroffen und gefährlich beschädigt. Erste Spekulationen, die sprachen sogar von Weltraumschrott oder einem Meteoriten. Auf Social Media schnell verbreitete Bilder zeigten eine stark beschädigte Frontscheibe und einen verletzten Pilot mit Schnittwunden und Glassplittern. Einer der ersten, der den Verdacht einer Kollision mit einem Wetterballon äußerte, war der YouTuber und mein heimliches Idol Scott Manley. Daraufhin hat sich das Start-up Windborne Systems gemeldet und bestätigt, einer ihrer High-Altitude-Ballon-Systeme befand sich zu dem Zeitpunkt des Vorfalls in unmittelbarer Nähe zur Flugroute. Das Unternehmen kooperiert derzeit mit den US-amerikanischen Behörden bei der Aufklärung des Vorfalls. Die Behauptung, seine nur 1,2 Kilogramm leichten Wetterballons, die würden keine Bedrohung für den Luftverkehr darstellen, die ist mittlerweile von der Firmenwebseite verschwunden. Auch wenn es letztlich nicht um Weltraumschrott ging, Kollisionen mit hoher Geschwindigkeit in der Raumfahrt ja ein Riesenthema. Starship ja unter anderem auch deshalb noch keine Orbitalrakete, weil ein unkontrollierter Wiedereintritt der 52 Meter hohen und mit Sicherheit auch leer über 100 Tonnen schweren Oberstufe für erheblichen Schaden sorgen könnte. Die ersten Orbitalflüge des Starships soll die neue Starship Generation 3 ausführen. In der Starbase, da geht es mit großen Schritten in Richtung Zukunft. SpaceX hat diese Woche signifikante Fortschritte beim Bau des ersten Chips der Version 3 gemacht, Chip 39. Am Abend des 20. Oktober, da wurde die charakteristische Nase, der sogenannte Nose Cone in Megabay 2 angehoben. Kurze Zeit später folgte die Verbindung mit der vorderen Sektion des Chips. Ja, auch auf der Booster-Seite geht es voran. Am 22. Oktober, da hat man die letzte Barrel-Section von Booster 18 in den Megabay 1 geliefert. Damit ist der Baukörper vollständig, zumindest strukturell. Die ersten Beobachter, die sprechen bereits von den Vorbereitungen für Flug 12. Zwar steht dieser Flug noch nicht unmittelbar bevor, doch mit jedem verbauten Segment, da rückt der nächste Testflug ein Stück näher. Am Startgelände selbst, da verdichten sich die Anzeichen für große Umbauarbeiten. Die Tragseile, die wurden von den Chopsticks der Fangarme an Pad 1 entfernt. Das legt nahe, dass entweder eine umfassende Modifikation bevorsteht oder die Systeme sogar komplett demontiert werden. Die Infrastruktur, die wird aktuell tiefgreifend umgestaltet und soll an das neue Pad-Design von Startplatz 2 angepasst werden. Auch aus Florida gibt es Neuigkeiten, der Launch-Mount für Starship am legendären Launch-Komplex 39A. Das ist ja das historische Apollo- und Shuttle-Pad. Der wächst. Aktuelle Luftaufnahmen, die zeigen einen fast fertiggestellten Statisch, der offenbar kurz vor dem Transport zur Rampe steht. Vom Pad 39A, da ist ja bekanntlich schon Neil Armstrong zum Mond aufgebrochen. Das bringt uns zum Artemis-Programm. Ein chronisch geformtes, ungewöhnlich durchlöchertes Rumpfsegment, das rollte die Woche durch die Starbase. Beobachter spekulieren, dass sich dabei um ein Testteil oder ein Mockup für ein Human Landing System, also die HLS-Variante des Starships handeln könnte. Also eine mögliche Pathfinder-Struktur für Mondmissionen im Rahmen von Artemis. Die unterschiedlich hohen Positionen der Löcher, die machen aber stutzig. Fliegen wird das Teil mit Sicherheit aber nicht. Strukturlöcher mit scharfen Ecken, die führen zu Spannungsspitzen, weswegen man Fenster, Türen und sämtliche Öffnungen an Schiffen, Flugzeugen und Raumschiffen ausrundet. Apropos Starship und Mondflüge. Das Human Landing System, kurz HLS, das steht ja im Zentrum von Nasas Mondambition im Artemis-Programm und gerät nun unter Druck. Und ich meine keinen inneren Tankdruck, sondern politischen Druck. Grund für den neuen Druck soll der Wunsch von Donald Trump sein, einen Amerikaner noch während seiner Präsidentschaft auf den Mond zu landen. Die zweite Amtszeit von Donald Trump, die endete am 20. Januar 2029. Aktuell rechnet man mit einer amerikanischen Mondlandung mit Artemis 3 nicht vor 2028. Und das könnte dann ein bisschen eng werden. Eigentlich sollte SpaceX mit einem modifizierten Starship die Crew von Artemis 3 zur Mondoberfläche bringen. Doch nach wiederholten Verzögerungen stellt NASA-Interimschef Sean Duffy den Exklusivvertrag mit SpaceX in Frage und will den Vertrag für Konkurrenten öffnen. Nach diesem Tiefschlag in Richtung SpaceX attackiert Elon Musk und offen den amtierenden NASA-Administrator Sean Duffy. Der SpaceX-Chef nennt ihn auf X Sean Dummi und schreibt weiter, jemand mit einem zweistelligen IQ solle nicht die NASA leiten. Musk will Sean Duffy in einem Tweet vor, er wisse buchstäblich Null über Raketen und Raumfahrt, was Amerikas Raumfahrtprogramm Untergrabe und Astronauten gefährde. Mit der Politik läuft's nicht so rund, dafür neuer Meilenstein bei Starlink. Es wurde der zehntausendste Starlink-Satellit letzte Woche gestartet. Da ältere Satelliten bereits nicht mehr funktionieren und teilweise auch schon eingetreten sind, wieder in die Atmosphäre, sind derzeit etwa 8600 Starlinks noch aktiv. Das ist der größte Teil aller aktuell funktionierenden Satelliten im Orbit. Als weltweit erste Firma, abgesehen von SpaceX selbst, wird das kalifornische Start-up Muran Space seine Satelliten mit Mini-Laser-Terminals ausstatten, die direkt Zugang zum orbitalen Starlink-Mesh ermöglichen. Kein stundenlanges Warten mehr auf den nächsten Überflug über einer Bodenstation, stattdessen können Daten nun fast in Echtzeit zur Erde gelangen. Dank der neuen Laser-Terminals schrumpft die Datenlatenz von Erdbeobachtungs-Athleten von durchschnittlich 20 Minuten auf wenige Sekunden. Muran hat laut eigener Angabe damit begonnen, die Mini-Laser-Terminals von Starlink in aktuelle Kundenkonstellationen zu integrieren und wird im ersten Quartal 2027 seinen ersten Starlink-fähigen eigenen Helo-Satelliten starten. Diese Woche hat ein Blogartikel auf der NVIDIA-Webseite meine Aufmerksamkeit erregt. Das von NVIDIA Inception-Programm geförderte US-Startup Starcloud will Rechenzentren ins All verlegen. Mit Starcloud 1, einem 60 Kilogramm schweren Satelliten mit NVIDIA-GPU, soll im November der erste Test im Orbit starten. Starcloud 1 soll das Hundertfache an Rechenleistung aller bisherigen Systeme im Orbit liefern. Ziel, man will KI direkt im All betreiben, etwa zur Echtzeitanalyse von Bilddaten aus SAR und Infrarot. Die Idee fasst unbegrenzte Solarenergie, kein Kühlwasserverlust und das Abstrahlen von Abwärme direkt ins All. Laut CEO Philip Johnson könnte dank unbegrenzter Solarenergie die Energiekosten trotz der Startkosten langfristig um den Faktor 10 sinken. Mit dieser Idee ist Starcloud übrigens nicht allein. Amazon-Gründer Jeff Bezos sagte bereits Anfang dieses Monats voraus, dass die Kosten terrestrischer Rechenzentren in absehbarer Zeit durch Seuche im Weltraum unterboten werden. Was meint ihr? Ist das realistisch? Schreibt mir und den anderen gerne unten in den Kommentaren. Apropos Starlink. SpaceX hat laut eigener Angabe in Myanmar über 2500 Starlink-Terminals deaktiviert, per Fernzugriff, weil kriminelle Netzwerke die Satellitenverbindung für weltweite Betrugsmaschen nutzten. Auf internationalen Druck hin kam es zu einer Großrazzia der myanmarischen Armee. Terminals wurden beschlagnahmt und über 2000 Personen festgenommen. Wie NBC berichtet, sind viele der Arbeiter in den Scam-Fabriken Opfer von Menschenhandel, die zur Online-Abzocke gezwungen werden. Dunkle Jahreszeit, passen da Männer in dunklen Hoodies mit Sonnenbrille vor flackernden Bildschirmen. So stellt sich man sich ja vielleicht ein Hacker vor. Natürlich totales Geschee, aber irgendwo trifft das Bild ja schon. Da draußen gibt es böse Menschen, die im Web ihr Unwesen treiben. Und so ganz aus der Luft gegriffen ist das ja nicht. Letztes Jahr wurden in Deutschland über 130.000 Cybercrime-Fälle registriert. Und das ist noch nicht alles aus dem Ausland oder unbekannter Herkunft kamen nochmal 200.000 Fälle obendrauf. Laut Bitkom beliefen sich die Schäden durch digitaler Angriff auf fast 180 Milliarden Euro. Ransomware, Datenliebstahl, Betrugsversuche. Das Risiko ist real und mal ehrlich, da will man nicht zur Zielschreibe werden. Zum Glück gibt es da eine schnelle und einfache Lösung. In Cogni. Mit meinem Code Senkrechtstarter bekommst du 60% Rabatt auf den Jahresplan. Mach mal den Test, google deinen Namen, du wirst überrascht sein, auf wie vielen Seiten deine Daten öffentlich auftauchen. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Deine Daten, die liegen auch bei sogenannten Datenhändlern und genau da kommt In Cogni ins Spiel. Der Service, der sorgt dafür, dass deine Daten dort gelöscht werden, wo sie nichts zu suchen haben. In Cogni übernimmt die ganze nervige Arbeit, stellt hunderte Löschanfragen und wiederholt das regelmäßig, weil solche Daten ja leider immer wieder irgendwo auftauchen. Du hast deine Daten öffentlich gefunden und willst, dass sie verschwinden? Schick einfach den Link zu der Seite, In Cogni kümmert sich um den Rest. Hol dir die Kontrolle über deine Daten mit In Cogni zurück. Mit meinem Code Senkrechtstarter sicherst du dir 60% Rabatt. Ich hatte schon darüber berichtet, dass die drei großen europäischen Satellitenbauer ihr aktuell defizitäres Satellitengeschäft zusammenlegen wollen. Airbus, Thales und Leonardo haben dieses Bündnis geschmiert, um abseits von Regierungsaufträgen weltweit kommerziell wieder wettbewerbsfähig anbieten zu können. Airbus wird 35% des neuen Unternehmens besitzen, während Leonardo und Thales jeweils Anteile in Höhe von 32,5% halten werden. Das neue Unternehmen wird am Airbus-Standort in Toulouse angesiedelt, erst einmal rund 25.000 Beschäftigte haben und dann ab 2027 operativ tätig sein. Ziel, Europas fragmentierte Kräfte bündeln, Synergien ermöglichen. Blue Origin nähert sich in großen Schritten dem Start der zweiten New Glenn. Erstmals hat man erste und zweite Stufe der Rakete vollständig miteinander verbunden, entscheidender Meilenstein in der Vorbereitung auf den zweiten Flug. Blue Origin-CEO Dave Limpf veröffentlichte die Woche ein Zeitraffer-Video aus der Produktionshalle. Es zeigt, wie das nun integrierte Vehikel zur Transport- und Startvorrichtung bewegt wird. In der Mitte gut sichtbar keine zweite Rakete, sondern der New Glenn Simulator. Mit dem nicht flugfähigen Prototypen, da wurden ja die Bodensysteme getestet. In den nächsten Tagen dann steht die letzten Systemtests an. Der finale Schritt vor dem Start dann, ein statischer Heißlauftest aller R-Stufen-Triebwerke. Sollte dieser wie geplant dann verlaufen, dürfte der nächste Start der mächtigen Schwerlastrakete bald bevorstehen. Diesmal mit echter Nutzlast ein wichtiger Schritt für Blue Origins Zukunft im Orbit. Nicht zuletzt, um die Internet-Satelliten von Amazons Kuiper in den Orbit zu schieben. Amazon hat ja nicht nur bei der Firma des Amazon-Gründers Jeff Bezos Blue Origin-Flüge für Kuiper gebucht, sondern auch bei ULA und Ariane Space. Ja, und nachträglich dann auch bei Hauptkonkurrent SpaceX. Für uns in Europa nicht unerheblich. Die meisten der 18 Amazon-Kuiper-Flüge der Ariane 6, die sollen mit einer noch nicht fertig entwickelten stärkeren Version der Ariane 6 erfolgen. Der Erstflug der derzeit stärksten Version der Ariane 6, nämlich die Ariane 6-4 mit vier Feststoffboostern, die verzögert sich jedoch erstmal. Ariane Space hat bestätigt, dass der Erstflug der Ariane 6-4 nicht mehr 2025, sondern erst 2026 erfolgen wird. Die Rakete sollte ursprünglich noch Ende diesen Jahres das erste Mal für Amazon-Kuiper-Satelliten starten. Eine Begründung für den Aufschub hat man bislang nicht genannt. Dieser Aerospace meldet die Aquila-Triebwerke. Für den zweiten Flug ihrer Spektrum-Rakete haben alle Abnahmetests bestanden. Getestet wurde in der firmeneigenen Anlage im schwedischen Corona. Und nach dieser Hürde jetzt steht dem nächsten großen Schritt nichts mehr im Weg. Die Integration der Rakete für den zweiten Startversuch. Der zweite Startversuch, der soll dann erneut vom Andoya Spaceport in Norwegen aus erfolgen. Wann genau gestartet wird, das hängt noch von der norwegischen Raumfahrtbehörde ab. Das grüne Licht für die Lizenzierung zusteht noch aus. Stokespace hat auf X verkündet, dass der sogenannte Water Suppression Test auf dem legendären Launch-Komplex 14 erfolgreich abgeschlossen wurde. In einem startähnlichen Szenario, da wurden dabei sowohl der zentrale Flammenabweiser als auch die massiven Wasserfontänen, die beim Raketenstart der Schlagartig die Hitze abführen und den Schall dämpfen sollen, in Gang gesetzt. Stokespace strebt mit seiner vollständig wiederverwendbaren Nova-Rakete den ersten orbitalen Flug an. Die Geschichte, die passt schon vom Launch-Komplex 14, sind ja sämtliche Orbitalflüge von Mercury abgehoben. Natürlich auch der erste Flug von John Glenn. Noch etwas hin, dass Stoke startet. Kommen wir erstmal zu den Starts der vergangenen Woche. Am Sonntag, 19. Oktober, da starteten zwei Falcon 9 mit Starlings. Beide waren irgendwo ein Rekord oder bemerkenswert. Der von der Wendenberg Space Force Base in Kalifornien, der brachte unter anderem den zehntausendsten Starling in den Orbit. Und der eingesetzte Falcon 9-Booster auf dem Starling-Start von Cape Canaveral, B1067, der absolvierte seinen 31. Einsatz. Das ist ein neuer Rekord für die meistgeflogene Erststufe in der Geschichte der Raumfahrt. B1067, ursprünglich im Juni 2021 bei der Cargo Resupply Mission CAS 22 eingesetzt, landet auch diesmal routiniert auf dem Rundschiff A Shortfall of Gravitas. Am Mittwoch, 22. Oktober, brachte eine weitere Folge 9 von Wendenberg aus Starlings ins All. Am Donnerstag, 23. Oktober, da hob vom chinesischen Startplatz Wendcheng eine lange Marsch 5 mit der geheimnisvollen Nutzlast TJSW-20 ab. Offiziell als Kommunikationstechnologietest klassifiziert, bleibt das tatsächliche Missionsziel unbekannt. Am Freitagmorgen, 24. Oktober, da startete von Cape Canaveral eine Falcon 9 mit Spain Set New Generation 2. Bei SpaceX mittlerweile ja eine Besonderheit. Die Mission war nicht wiederverwendbar, um den hohen Gewicht der Nutzlastrechnung zu tragen. Am Samstag Nachmittag, 25. Oktober, da erfolgte von Wendenberg ein weiterer SpaceX-Start, Falcon 9 brachte weitere Starlings in den Orbit. Ja und wenn die News dann am Sonntagmorgen erscheint, dann sollte aus Japan der sechste Start der neuen H3 erfolgen. Spannende Mission, denn der neue japanische Weltraumtransporter HTV-X ist an Bord. HTV-X, der soll neben ISS-Versorgungsmissionen auch mal die Mondraumstation Gateway versorgen. Ebenfalls am Sonntagmorgen soll vom Weltraumzentrum Xicheng in China eine lange Marsch 3 BE starten. Die Nutzlasti ist mir nicht bekannt. Apropos China, China steht kurz vor dem Jungfernflug seiner ersten wiederverwendbaren Trägerrakete der Suke 3. Das private Raumfahrtunternehmen Landspace, das hat die finale Triebwerkstest erfolgreich abgeschlossen. Ein entscheidender Schritt, bevor die Rakete dann erstmals gestartet wird. Suke 3, die ist mit einer wiederverwendbaren Erststufe ausgestattet, der Landung mithilfe ausfahrbarer Beine erfolgen soll. Sie wurde speziell entwickelt, um das chinesische Pendant zu Starlink-Kosteffizienz aufzubauen. Durch Wiederverwendbarkeit sollen Startkosten drastisch sinken, was für den geplanten Massenstart von Kommunikationsathleten essentiell ist. Der Erstflug von Suke 3, der könnte Mitte November diesen Jahres erfolgen und würde als neuer Meilenstein im chinesischen New Space-Bereich gelten. Landspace mit der Suke 3, ein sehr heißer Kandidat für die erste wiederverwendbare Orbitalrakete nach SpaceX Falcon 9. In der staatlichen Raumfahrt, da gibt es ja auch ein Wettrennen. Es wird spannend, wer den erneuten Wettlauf zum Mond für sich entscheiden kann. Trotz US-Regierungsstillstand laufen in den USA die Vorbereitung für Artemis II weiter auf Hochtouren. Das Orion-Raumschiff ist nun im Vehicle Assembly Building des Kennedy Space Centers angekommen. Nach der Betankung, Integration des Startabbruchsystems und dem Anbringen aerodynamischer Schutzpaneele wurde die Kapsel jetzt in einer nächtlichen Aktion über 10 Kilometer zur Montagehalle transportiert. In den kommenden Tagen soll Orion dann im VAB auf das Space Launch System gestapelt werden. Mit 98 Meter Gesamthöhe ja ein Gigant für die Rückkehr zum Mond. Der Starttermin ist frühestens für den 5. Februar 2026 angesetzt. Ich würde aber eher von April ausgehen. Die Coup, die besteht ja aus Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen und Kommandant Reed Wiseman. Die werden die ersten Menschen seit 1972 sein, die zum Mond fliegen. Wenn auch noch nicht landen, gibt ja noch gar keine Mondlandefähre. Dass es einen rein deutschen Raumfahrtkanal gibt, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter Schutzengeln. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monitoring unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Schub. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die Raumfahrtbegeisterung im deutschen Sprachraum weiter zu entfachen, genau, unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt es dann ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Lass uns noch schnell auf die Starts der kommenden Woche schauen. Heute am 26. Oktober, da soll nochmal von Cape Canaveral eine Falcon 9 mit Starlings starten. Morgen, Montag 27. Oktober, da folgt ein weiterer Falcon 9-Start mit Starlings, diesmal von Vandenberg. Am Dienstag 28. Oktober, wieder Starlings, Cape Canaveral. Novum, ebenfalls für frühestens Dienstag angekündigt, ist der erste orbital ambitionierte Start, der Hanbit Nano-Rakete vom brasilianischen Alcantara Launch Center. Das südkoreanische Unternehmen InnoSpace wagt hier dann den Jungfernflug mit einer Hybrid-Rakete. Als Zeitraum ist der 28.10. bis 28.11. angegeben, vermutlich beim Erststart also dann eher später. Also würde ich jetzt nicht mehr auf Dienstag unbedingt setzen. Am Donnerstag, 30. Oktober, bringt SpaceX dann Starlings von Vandenberg ins All und schließlich plant dann am Freitag, 31. Oktober, in China der Start von Jinsu 21 mit einer langen Marsch 2F. Das geht dann vom Raumfahrtzentrum in Jinkuan los. Es ist der 21. Flug im Rahmen des Jinsu-Programms und der 16. mit Menschen an Bord. Die Mission, die markiert den insgesamt 10. Flug zur chinesischen Raumstation mit Crew. Und nochmal zur Erinnerung, mit dem Code senkrechtstarter bekommst du 60% Rabatt auf den Inkogni-Jahresplan. Den Link findest du unter dem Video. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, Abo da lassen. Das wird mir sehr, sehr helfen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.